Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Video. Ich bin schon mega in Frühlingsstimmung. Ich finde es so schön, dass endlich die Sonne rauskommt und wir schönes Wetter haben und einfach der Anfang vom Frühling ist so die beste Zeit. Man ist so aufgeregt. Und vielleicht geht es euch wie mir, ihr freut euch und ihr wollt neue Sachen anziehen, ihr habt Bock auf ganz andere Farben und andere Produkte und ich habe heute für euch meine absoluten Favoriten, Must-Haves und Empfehlungen für euch. Und bleibt bis zum Schluss dran, da habe ich nämlich eine Ankündigung, wie wir uns treffen können, wie ich euch schminken kann und so weiter, aber das am Schluss, weil niemand mag lange Intros, deswegen legen wir los. Und gerade bei Nagellack kann man sich das schön austoben und ich finde diese neuen Catrice Soft Blossom Lacke richtig schön. Erstmal so das Design, das ist so ein Retro-Packaging, finde ich. Und die haben mega viele schöne Frühlingsfarben und ich habe mir diese zwei hier ausgesucht. Das ist einmal Tulips Are Better Than One und Cherry Blossom Avenue. Ich konnte mich echt nicht entscheiden, wer ich nicht davon zuerst lackieren soll. Ich habe jetzt insgesamt drei Lacke aus der Reihe und ich finde die Qualität sehr gut. Die tragen sich toll auf, die trocknen schnell. Die sollen auch Blumen riechen, irgendwie rieche ich das nie raus. Ich habe andere gefragt, die haben gemeint, die riechen das. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das sind so richtig coole Frühlingslacke, die ich euch empfehlen kann. Dann zum Thema Hautpflege. Im Frühling zeigen wir mehr Haut, ne? Da will man auch schöne Haut haben und da creme ich mich natürlich auch ein. Ich habe aber nicht mehr so Bock auf diese dicken Konsistenzen, auf so Körperbutter oder so. Es muss schnell gehen, es muss einziehen, es muss frisch sein. Und da gibt es ganz neu von Kneipp die Sekundensprühlotion mit Zitronenverbene und Avocadobutter. Und erstmal dieses Design schreit schon Frühling, Sommer. Aber das Besondere ist eben, ihr sprüht das einfach auf. Moment, ich kann euch das demonstrieren. Ihr könnt das übrigens auch zuschrauben, falls ihr das auf Reisen mitnimmt. Und keine Angst, das läuft euch da nicht aus. Und dann könnt ihr euch damit einsprühen. Und das Gute ist, die Konsistenz ist einfach so zart. Es pflegt trotzdem eure Haut und es macht auch so einen schönen Glanz, finde ich. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr euch gerade so die Beine einsprühen wollt damit, wenn ihr einen Rock tragt oder halt eben so was Kurzärmliches. Es riecht so nach Zitrone, einfach so frisch und einfach mega gut. Also ich bin begeistert davon und ich liebe es, wie gesagt, dass ihr das direkt aufsprüht. Es zieht ein, ihr könnt eure Jeans anziehen danach und es geht mega, mega schnell. Und trotzdem ist eure Haut super gepflegt. Also das will man merken. Bekommt ihr ab 1. April, ist das ganz neu in den Läden erhältlich. Erstmal bei Rossmann und Müller. Und bei DM kommt es dann später, glaube ich. Und dann könnt ihr mal danach schauen. Dann kommen wir zu einem Lippenprodukt. Und ich habe im Frühling irgendwie mehr Lust auf so Glosse, helle Farben, Rosé. Und da habe ich jetzt ganz neu auch von Essence den XXL Volume On Plumping Lip Gloss. Das war was für mich, weil ich liebe alle Lippenprodukte, die plumpen. Ich mag einfach diesen volle Lippeneffekt. Und das macht er so ganz leicht. Also es fühlt sich sehr frisch an auf den Lippen, aber nicht unangenehm. Und ich habe die Farbe C'est Bon Bon. Mega süß. Und es ist einfach eine Frühlingsfarbe. Es ist so nudig rosa, sehr dezent. Ich glaube echt für jeden was. Fühlt sich sehr gut an, hält sehr gut und sieht sehr hübsch aus. Und ist günstig in der Drogerie zu kriegen. Dann ein Favorit von mir der letzten Wochen. Und ich habe echt überlegt, ob ich es euch zeige. Weil ich weiß, ihr mögt das nicht, wenn Sachen halt ein bisschen mehr kosten. Aber es ist einfach, ich liebe ihn so sehr. Und warum soll ich es euch dann vorenthalten? Und zwar von Benefit Garlifornia, der Blush. Oh mein Gott, das ist so ziemlich mein Lieblingsblush aller Zeiten. Ich hatte euch den mal live getestet, so zum ersten Eindruck. Fand ich ja schon richtig schön. Und habe ihn weiterhin benutzt. Und jedes Mal, wenn ich den drauf hatte, habe ich Komplimente dafür bekommen. Was ich für einen schönen Blush habe. Wie frisch ich aussehe. Mein Make-up sieht so toll aus. Das macht wirklich dieser Blush, weil es ist der perfekte Ton. Er verblendet sich sehr schön. Und er hat so einen leichten, ganz, ganz leichten Schimmer drauf und drin. Benefit hat halt auch einfach immer das Mega-Packaging. Ich weiß, er kostet ein bisschen mehr. Das müsst ihr halt für euch wissen. Aber ihr habt halt auch lange was von so einer Packung Blush. Wenn ihr halt den verwendet. Und ich verwendet zur Zeit nur den. Und werde ihn auch den ganzen Frühling und Sommer verwenden. Dann kommen wir zu meinen absoluten Fashion-Favoriten. Und Broulettes. Ich liebe es. Ich habe eine leichte Besessenheit mit diesen Broulettes. Und zwar gibt es ja welche im Sinne von ihr tragt das als Unterwäsche. Aber was ich meine sind diese Tops. Die ihr auch wirklich nicht als Unterwäsche, sondern sichtbar tragen könnt. Ich finde das super sexy. Ich finde das feminin. Es ist einfach Frühjahr, Sommer. Man kann endlich solche Sachen tragen. Ihr müsst das aber auch nicht so gewagt kombinieren. Ihr könnt das jetzt zum Beispiel. Ach übrigens ja, den habe ich von Amazon. Der hat, haltet euch fest, 2,40, 2,50 oder so gekostet. Und ich werde mir den noch in weiß bestellen. Verlinke ich euch auch. Unten ist der Hammer. Auf jeden Fall, wie ihr das kombinieren könnt. Und ihr könnt ein weit ausgeschnittenes, lockeres Oberteil drüber anziehen. Dann blitzt das so heraus. Das ist so die dezente Variante. Wenn ihr mutiger seid, dann tragt ihr den einfach anstelle eines Crop-Tops. Also so wie ihr auch einen Top kombinieren würdet. Zum Beispiel mit einer High-Waisted Hose. Oder zum Beispiel auch mit so einem Blazer drüber. Und dann schaut das so heraus. Also ihr könnt das wirklich vielseitig kombinieren. Ich habe mir noch einen zweiten bestellt. Der aber eigentlich auch ein Sport-BH ist. Aber ich dachte, das passt in dieses Video. Ich meine, wenn das Wetter schöner ist, ist man ja normalerweise auch aktiver. Also mir geht es auf jeden Fall so. Sport-BHs kann ich nicht genug haben. Und dieser hier ist auch noch, wie gesagt, so schön. Also ich würde den auch so als Top tragen. Und wenn ihr damit dann zum Sport geht, sieht das hübsch aus. Auch von Amazon gekauft. Außerdem Übergangsjacken. Endlich können wir die dicken Mäntel wegpacken. Und ich habe diese Bomberjacke jetzt schon vom letzten Jahr. Es gibt sie immer noch. Und die ist so angenehm. Die ist so weich. Die ist so schick. Die passt zu allem. Und ihr fragt mich ganz oft nach der, wenn ich sie auf Instagram trage. Es gibt sie leider nur noch in wenigen Größen. Ich gucke aber, dass ich euch eine ähnliche verlinke, dann in der Infobox. Einfach so ein rosa Bomberjacke ist halt einfach das, worauf ich hinaus will. Passt zu so viel. Und ich liebe rosa. Und ja. Ach ja, außerdem mein Oberteil. Genau. Das habe ich auch ganz, ganz neu heute zum ersten Mal an. Und dachte so, sieht so schön frühlingshaft aus. Dann ziehe ich das gleich für euch an. Und das ist von Asos. Und es hat einmal eben so Trompetenärmel, was jetzt auch super in ist. Es sieht ganz, ganz süß aus. Finde ich auch so im Urlaub. Und auch das ist kürzer, also mit etwas Höherem kann man das dann tragen. Und hinten hat es nochmal so eine Schleife. Das finde ich auch mega süß. Endlich kann man ja helle Sneaker tragen. Und ich liebe diese hier von Nike. Die Air Mixed her. Die haben so einen Nude-Ton, der einfach zu allem passt. Die sehen nicht so bollig aus wie manch andere Turnschuhe. Oder vor allem diese ganzen Trend-Turnschuhe. Das sehe ich immer auch so ein Clown, weil ich ja kleiner bin. Die sind so langgezogen und feiner. Und ja, super, super, super bequem. Man läuft die auf Wolken. Und die verlinke ich euch auch noch unten. Sind auch aktuell. Ansonsten habe ich noch ein Haar-Accessoire für euch. Ist jetzt auch mega im Trend. Und das hier habe ich auch bei Amazon entdeckt. War auch super günstig. Und mit so Rosen ist das in Gold. Und das rettet euch einfach von jedem Bett-Hair-Day. Dann macht ihr euch das einfach hier so rein. Das ist auch super Frühlings-Sommer-mäßig, finde ich. Und sieht mega hübsch aus. Oder ihr macht euch halt irgendwie die Haare dann so rein. Da gibt es ja viele Frisuren. Das könnt ihr auch mal googeln. Und wo wir beim Thema Rosen sind, auch den hier habe ich ganz neu. Das ist ein mega süßer Rucksack. Ich weiß auch nicht, warum ich im Frühling-Sommer mehr Lust habe auf Rucksäcke. Woran liegt das eigentlich? Auf jeden Fall, der hier hat eben dieses wunderschöne Rosendesign drauf. Und ja, habe ich auch bei ASOS bestellt. Auch komplett neu. Da ist noch der Zettel dran. Das kam gestern. Und da habe ich gedacht, ich muss das direkt in dieses Video packen. Weil ich freue mich so drauf, den zu tragen. Auch für Reisen oder so. Und meine Ankündigung, ihr Lieben, ist eigentlich schnell erzählt. Und zwar möchte ich euch schminken für meine Videos. Ich habe mir überlegt, ich zeige mal ein, zwei Tutorials an euch. Und wenn ihr aus dem Raum Karlsruhe kommt, erst mal. Ich versuche das dann auch in anderen Städten umzusetzen, wenn das klappt. Aber erst mal so aus dem Raum Karlsruhe kommt. Lust habt, mich zu treffen. Wir haben dann einfach Zeit für uns. Und ich schminke euch dann. Und ich filme das dann. Und wenn das für euch okay ist. Und ihr Lust drauf habt, dann meldet euch bei make-up at kindofrosy.de. Schreibt mir einfach eine E-Mail. Und da ich halt für verschiedene Looks, verschiedene Typen suche, wäre es klasse, wenn ihr mir ein bisschen was zu euch schreibt. Wie alt ihr seid. Oder am besten auch einfach ein Foto mitschickt. Das Foto ist nur für mich. Ich werde es nicht veröffentlichen oder so. Ich hoffe, viele von euch melden sich. Und das werdet ihr dann ja auch bald sehen hier auf meinem Kanal. Und ansonsten lasst mir gerne ein Daumen hoch da für dieses Video. Und schaut auch beim letzten Video vorbei. Ich habe euch zwölf Anti-Pickel-Produkte aus der Drogerie getestet. Und da waren wirklich fast alle richtig gut. Also ganz viele Empfehlungen da für euch gegen Pickel und Mitesser. Und in der Infobox sind noch weitere Videos von mir verlinkt. Und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.